Der Mercedes Citan ist ein Auto für viele Fälle. In unterschiedlichsten Uniformen bewährt er sich für viele Zwecke. Technisch ident mit dem Renault Kangoo gibt es ihn bereits als Flugfeldfahrzeug, Einsatzfahrzeug bei der Deutschen Autobahnpolizei, Rettungswagen, Frischdiensttransporter, Fahrzeug für die Rollstuhlbeförderung, Werkstattfahrzeug. Den besonders flexiblen Mercedes gibt es bereits ab 11.780 Euro exklusive Mehrwertsteuer als Kastenwagen. Werkstattwagen. Hälfte der Zwerg